Willkommen zurück, Abenteurer und omniplanetarische Reisende, auf Lipidopterra, Heimatwelt von Minijet. Wer unzählige Stinkbrutlarven hütet, muss auch für genügend Nahrung sorgen. Lipidopteranische Himmelshüter tun alles, um den Hunger ihrer Brut zu stillen. Auch wenn sie dabei ihr Leben riskieren. Diese Mannschaft muss aufpassen. Ein Zungenkäfer! Die Ladung wurde geklaut. Mit hungrigen Mäulern auf der Oberfläche kostet der Abstecher in die Unterwelt wertvolle Zeit für diese Eliteeinheit. Im Dunkeln leuchten unsere mutigen Helden. Im Kampf um wertvolle Ressourcen. Tief unten im Bau des Zungenkäfers treffen sie auf den ungeheuren Dieb. Die Himmelshüter fackeln nicht lange und sehen zu, dass sie da rauskommen. Das penetrant riechende Paket wird sicher abgeliefert. Weiter geht's!